Die neue rechte Regierung von Netanyahu will die Gewaltenteilung in Israel abschaffen. Und Kritiker fürchten damit einen Angriff auf die Demokratie Israels. Und selbst der Staatspräsident Isaac Herzog warnt vor einem verfassungsrechtlichen und sozialen Zusammenbruch des Landes. Und der Grund dafür ist der von der rechtsreligiösen Regierung geplante Justizreform. Zehntausende protestieren landesweit aktuell gegen dieses Vorhaben. Tja, und was hat dieser neue Ministerpräsident Netanyahu der jetzt ganz genau vor? Warum will er das machen und wie zerstört das die Demokratie von Israel? Und genau zu diesen Plänen der neuen Regierung hat die Zeit einen Artikel geschrieben und darin steht, Justizminister Yaref Livin plant weitreichende Reformen im Justizsystem. Zu den Plänen zählt eine umstrittene Aufhebungsklausel, die es der Regierung ermöglichen würde, Gesetze zu verabschieden, die der oberste Gerichtshof als verfassungswidrig ablehnt. Denn mit der Klausel würde das oberste Gericht als Kontrollinstanz praktisch ausgeschaltet. Eine einfache Mehrheit der Abgeordneten im Parlament könnte das Gericht überstimmen und somit Gesetze erlassen, die gegen die israelischen Grundgesetze verstoßen. Außerdem will Levin die Richterwahl unter die faktische Kontrolle des Parlaments stellen. Bisher werden die Richterinnen des oberen Gerichtes Israel von einem Gremium aus Richtern Parlamentsabgeordneten Rechtsexperten anlassen. Und die Reformpläne des Justizministeriums sehen vor, dass die Parlamentarier die Mehrheit in den Gremien stellen sollen. Also, dass die Richter bei dem Verfassungsgericht in Zukunft auch vom Parlament gewählt werden. Tja, und jetzt muss man natürlich wissen, das sind schon ziemlich krasse, harte, einschneidende Sachen, die man normalerweise ja nur von Diktaturen so hört, dass man einfach die Justiz abschaffen will. Da fragt man sich doch, warum will das ein israelischer Minister machen? Die gehören doch zum guten Westen dazu, ja, als Vorbild Demokratie. Warum wollen wir das machen? Und auch dazu hat die Zeit geschrieben, als Begründung für die Reformpläne führt Levin die angeblich übermäßige Einmischung des obersten Gerichtes in die Politik ein. Zudem argumentiert der Justizminister, die Macht des Gerichtshofes sei im Kern undemokratisch. Wir gehen ins Wahllokal, stimmen ab, wählen, aber immer wieder entscheiden Menschen für uns, die wir nicht gewählt haben, sagte er. Sein Ziel sei es, die Macht zurück an die gewählten Volksvertreter zu übertragen. Ja, das könnte man von uns in Deutschland aussagen, ja. In Berlin wird die alte Regierung abgewählt, ja, die CDU gewinnt. Und trotzdem stellt die alte Regierung wieder die neue Regierung, ja, also komplett gegen den Willen des Wahlvolkes. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema, weil hier in Israel ist es noch ein bisschen härter. Aktuell gibt es sehr, sehr viele Streiks und Demonstrationen in Israel gegen diese neuen Reformen, gegen diese Gesetzesänderungen und meiner Meinung nach auch zu Recht. Weil das könnte nämlich der Anfang von einer Diktatur und von einem Ermächtigungsgesetz sein. Weil die neue Regierung hat 64 von 120 Sitzen im Parlament und somit haben sie die einfache Mehrheit. Und damit können sie wirklich mit dieser Reform alle Gesetze durchbringen, die sie wollen. Und niemand wird sie mehr daran hindert, ja. Und als erstes könnte man dann zum Beispiel die Amtszeit des Parlaments verlängern. Als nächstes könnte man noch die ganzen kleinen Parteien mit einer 5-Prozent-Hürde rausschmeißen. So wie wir es in Deutschland machen, ja. Als nächstes könnte man sich dann das ganze Palästinenser-Gebiet einverleiben. Aktuell herrschen dort ja wieder sehr, sehr viel Gewalt und sehr, sehr viele Waffen sprechen dort. Und als nächstes werden dann irgendwelche Notverordnungen entlassen, ja, mit irgendwelchen fadenscheidigen Gründen. Als nächstes wird dann die Opposition verboten und so weiter und so fort. Weil die aktuellen Vertreter dürfen ja über alles entscheiden, egal ob es verfassungsgeform ist oder nicht. Und selbst der 85-jährige Chemie-Nobelpreisträger und Holocaust-Überlebende Hershko warnte bei einer Demonstration vor einem Versuch, Israel von einer Demokratie in eine Diktatur zu verwandeln. Und niemand kann dann wirklich etwas dagegen machen, da das Verfassungsgericht durch die Reformen einfach kaltgestellt wird. Und das finde ich wirklich höchst bedenklich. Und deswegen versucht jetzt der Staatspräsident Herzog zwischen der Regierung und der Opposition zu vermitteln, sodass man vielleicht irgendwie eine Einigung findet und bei der Demokratie bleiben kann. Auf jeden Fall sollten wir in Deutschland diese Entwicklung in Israel sehr, sehr gut beobachten und im Auge behalten, weil eine weitere Diktatur können wir auf dieser Welt nicht gebrauchen. Aber was denkst du denn dazu? Wie siehst du denn das Thema mit Israel, wie sich das entwickelt und welche Folgen das haben wird? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich sehr auf die daraus entstehende Diskussion.